Okay, Thema Dreier, okay? Real Rap, den einzigen Dreier, den ich mir vorstellen könnte, wäre mit einem Girl, mit der muss ich aber in einer Beziehung sein. Und mit noch einem Girl, aber das Girl hat nur was mit dem Girl und ich nichts mit dem anderen Girl. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ansonsten, Digga, Real Talk, viel zu viel Arbeit, Digga. Digga, ich kann nicht mal eine Frau glücklich machen. Wie soll ich es bei zwei schaffen? Als ob es auf einmal einfacher wird.